Hallo und willkommen zum ersten Kapitel des Digitalkamera.de-Fotomogs. Die beste Kamera der Welt gibt es nicht. Mit dieser grundlegenden Aussage solltest du drangehen und dir deine eigene Kamera kaufen. Aber eben nicht einfach drauf los, sondern gezielt. Wir möchten dir bei der Suche helfen und geben dir einen anderen Ansatz für deine Kamerasuche. Der Ansatz lautet, finde die beste Kamera für dich. Und dafür erklären wir dir erst einmal die wichtigsten Kameraausstattungsmerkmale.